Herr Bundesrat Börmela, Sie sind der neue Agrarminister und heute ist das erste Mal in der Grünwoche in Berlin in dieser Funktion. Warum ist es wichtig, dass Sie heute hier sind? Ja, das ist wichtig. Das ist ein erster Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, Wirtschafts- oder Landwirtschaftsminister und Ministerin. Das ist eine sehr große Messe in Europa und das war auch interessant für mich mit dem Minister für Landwirtschaft von Baden-Württemberg, Bayern. Das sind Nachbarländer von Deutschland, mit denen wir viel Diskussion und viel Kontakt haben. Wir haben riesige Herausforderungen, Digitalisierung, neue Herausforderungen mit Klimawandel zum Beispiel. Und das ist sehr interessant zu diskutieren. Ich hatte auch einen Kontakt mit der Niederlandministerin und sie sind sehr dynamisch. Das ist ein Exportland an der Grössten der Welt und man kann viel lernen von diesem Kontakt. Und der Schweizer Stand, wie gefällt er Ihnen? Was ist Ihr Eindruck? Hier, ich denke, das ist ein guter Stand. Das zeigt eine gute Image für die Schweiz. Das ist wichtig, uns zu profilieren, zu zeigen, was wir machen können, welche Produkte mit einer hohen Qualität wir produzieren und wir exportieren können. Und Deutschland ist eines der besten Landes, um zu exportieren. Fast die Hälfte unserer Produkte exportieren wir in Deutschland. Und eben, es gibt Schokolade, Käse, Wein und Fleisch. Welches ist die Lieblingsprodukte? Alle zusammen!